Im Periodensystem direkt links von Silizium befindet sich das Element Aluminium, das im Atomkern ein Proton und in der Hülle ein Elektron weniger besitzt. Die Konfiguration der äußersten Schale im Grundzustand lautet 3s2 3p1. Wie beim Silizium bildet auch das Aluminium beim Eingehen kovalenter Bindungen Mischorbitale. Der Vorgang beim Aluminium ist die sp2-Hybridisierung, da ein s und zwei Komponenten des z-Orbitals drei gleiche Hybridorbitale ergibt. Unbeteiligt, weil unbesetzt, bleibt die dritte Komponente des p-Orbitals. Die drei Mischorbitale richten sich mit dem maximal möglichen Winkel zueinander aus. Die drei hier grau gezeichneten großen Tropfen befinden sich in einer Ebene und bilden einen Winkel von 120 Grad zwischen den Symmetrieachsen. Die hier ebenfalls eingezeichnete dritte Komponente des p-Orbitals ist unbesetzt und existiert damit nur theoretisch. Wie wir später noch sehen werden, ist die Tatsache, dass die äußerste Schale des Aluminiums nicht voll besetzt ist, für den Mechanismus der Stromleitung von entscheidender Bedeutung. Ersetzen wir die Orbitaldarstellung des Aluminiumatoms durch das Stäbchenmodell. Der Winkel zwischen den Orbitalen, die hier durch die grünen Stäbe symbolisiert werden, ist nicht fest. Zwar wird zum Verwinden der orbitale Energie benötigt, jedoch kann das Aufwenden dieser potentiellen Energie durch den Vorteil der geringeren Energie beim Ausbilden kovalenter Bindungen mehr als nur kompensiert werden. Da die Bindungswinkel der Atome im Siliziumkristall 109,5 Grad betragen, werden die Winkel zwischen den Orbitalen des Aluminiums entsprechend verkleinert. Betrachten wir nun den Einbau eines Aluminiumatoms in das Kristallgefüge des Siliziums. Wie zu sehen, sind alle drei Valenzelektronen des Aluminiums an kovalenten Bindungen mit den benachbarten Siliziumatomen beteiligt. Da Siliziumatome vier Valenzelektronen besitzen und somit vier Bindungspartner benötigen, bleibt ein Elektron eines Siliziumatoms ohne Partner. Dieses Elektron wird als Defektelektron, die entsprechende Stelle im Kristall als Loch, Elektronenlücke oder Elektronenfehlstelle bezeichnet. Die Einbindung von Fremdatomen in das Kristallgefüge bezeichnet man als Dotieren. Schieben wir die obere Lage aus Siliziumatomen zur Seite und betrachten den Vorgang der Stromleitung in diesem dotierten Siliziumkristall. Der Pluspol der Gleichspannungsquelle befindet sich auf der linken, der Minuspol auf der rechten Seite. Mit dem Anlegen einer Spannung wird ein elektrisches Feld generiert, symbolisiert durch die roten, von links nach rechts zeigenden Feldlinien. In diesem Feld erfahren negativ geladene Partikel, also die Elektronen, eine nach links gerichtete Kraftwirkung. In dem hier verwendeten Modell wird das gezeigt, in dem die bindenden Elektronen rechts der Atome etwas nach links gezogen werden. Da die Elektronen links der Atome ebenfalls der Kraftwirkung unterliegen, bewegen sich auch diese nach links. Damit reckt sich das ungebundene Elektron ein wenig in Richtung des Aluminiumatoms. Die Ausbildung einer kovalenten Bindung rückt in greifbare Nähe, es fehlt aber nach wie vor ein Elektron. In der Realität existieren natürlich keine Stäbe, jedoch veranschaulicht diese Grafik, dass in dem elektrischen Feld eine Kraft von der Elektronenlücke in Richtung des Aluminiumatoms wirkt. Ist das elektrische Feld stark genug, springt ein Elektron von dem Siliziumatom zu dem Aluminiumatom. Damit entsteht ein negativ geladenes Aluminiumion. Wie ich beim Besprechen der Orbitale angemerkt habe, ist eine Komponente des P-Orbitals beim neutralen Aluminiumatom unbesetzt und somit kann das zusätzliche Elektron diese Lücke auffüllen. Damit kann das Aluminiumion durch SP3-Hybridisierung vier gleichwertige Bindungen ausbilden und eine sehr stabile Elektronenkonfiguration einnehmen. Die Elektronenkonfiguration entspricht, zusammen mit den bindenden Elektronen der Nachbaratome, der Edelgaskonfiguration von Argon, dem Edelgas der Periode in der sich auch Aluminium befindet. Das Ausbilden dieser stabilen Elektronenkonfiguration im Zusammenhang mit dem äußeren elektrischen Feld führt zu einer niedrigeren Gesamtenergie des Systems. Zwischen dem nun negativ geladenen Aluminiumion und dem positiv geladenen Siliziumion bildet sich ein zusätzliches elektrisches Feld aus, dargestellt durch die roten Pfeile. Die Wechselwirkung zweier kugelsymmetrischer oder Punktladungen führt natürlich zu einem wesentlich komplexeren Feldlinienbild. Hinzu kommt die Interaktion mit dem elektrischen Feld der Gleichspannungsquelle. Der genaue Verlauf soll uns hier nicht weiter beschäftigen. Die drei Pfeile geben lediglich grob die Richtung der zusätzlichen Feldlinien an. Zwischen dem Aluminium und dem Siliziumion verläuft das Feld entgegen dem der Gleichspannungsquelle und schwächt somit dessen Wirkung ab. Links und rechts von diesem Ionenpaar wird die Wirkung leicht verstärkt. Die Elektronenfehlstelle ist nun zwischen den beiden Siliziumatomen rechts des Aluminiumions vorhanden. Das ist nun die Schwachstelle im Kristallgitter. Auch hier wirkt das Feld der Gleichspannungsquelle derart, dass ein Elektron von dem Siliziumatom rechts der Fehlstelle nach links überspringt. Der umgekehrte Prozess, also das Zurückspringen des Elektrons nach rechts, wird durch das elektrische Feld der Gleichspannungsquelle und des bereits bestehenden Ionenpaares verhindert. Wie angemerkt ist das Feld der Gleichspannungsquelle links des positiven Siliziumions abgeschwächt, rechts davon jedoch verstärkt. Erneut wandert damit die Lücke um ein Atom nach rechts. Dieser Prozess setzt sich fort bis zum Atom am negativen Pol der Gleichspannungsquelle. Der Abstand zwischen dem nach wie vor negativ geladenen Aluminiumion und dem jeweils positiv geladenen Siliziumion nimmt mit jedem Schritt zu. Das elektrische Feld zwischen den unterschiedlich geladenen Ionen wird somit schwächer. In allzu großer Entfernung zum Aluminiumion kann die Fehlstelle also durchaus auch wieder nach links wandern, was einen gerichteten Elektronenfluss verhindert. Es muss also eine ausreichende Anzahl an Fremdatomen in einem Siliziumkristall eingebaut sein, damit sich dieser Mechanismus bis zu den Polen der Spannungsquelle fortsetzt. Ist die Elektronenlücke am negativen Pol der Spannungsquelle angelangt, wird hier ein Elektron in den Siliziumkristall injiziert und gleichzeitig ein Elektron am positiven Pol entzogen. Damit bleibt die Ladungsbilanz im Siliziumkristall erhalten und die Elektronenlücke springt nach links zum positiven Pol. Das elektrische Feld zwischen den beiden Ionen wirkt nun verstärkend zu dem Feld der Gleichspannungsquelle. Damit ist das Überspringen eines Elektrons von dem Siliziumatom rechts der Lücke nach links jedoch nach wie vor energetisch günstiger. Die Elektronenlücke befindet sich ja nun links von dem negativ geladenen Aluminiumion, das die Elektronen zusätzlich abstößt. Die Lücke springt also nach wie vor weiter von links nach rechts. Ist die Lücke links von dem Aluminiumion angelangt, ist das verstärkende elektrische Feld zwischen dem Ionenpaar im Zusammenhang mit dem Feld der Gleichspannungsquelle ausreichend, um diesem ein Elektron zu entreisen. Das Aluminiumion wird wieder zu einem neutralen Atom und die Elektronenfehlstelle ist an ihrem Ausgangspunkt angelangt. Damit beginnt der Prozess von vorne, in der Gesamtbilanz ist dabei jedoch ein Elektron von dem Minuspol der Spannungsquelle zum Pluspol transportiert worden. Das am Pluspol austretende Elektron ist dabei nicht mit dem am Minuspol eingetretenen Elektron identisch. Mit jedem Schritt wechselt ein anderes Elektron seine Position. Betrachten wir uns den Vorgang unter Anwendung des Kalottenmodells. Die zeitweise positiv geladenen Siliziumatome sind rot markiert, das negativ geladene Aluminiumion ist blau gezeichnet. Im Verlauf des Prozesses scheint eine positive Ladung von links nach rechts zu wandern, also vom Plus zum Minuspol der Gleichspannungsquelle. Wie gesehen verbleiben die positiv geladenen Siliziumionen jedoch an Ort und Stelle und es bewegen sich stattdessen Elektronen zwischen benachbarten Atomen von rechts nach links, also vom Minus zum Pluspol. Das Aluminiumatom ist fast während des gesamten Prozesses negativ geladen. Nur wenn die Fehlstelle am Aluminiumion angelangt ist, gibt dieses das überzählige Elektron an das linke Nachbaratom ab, um umgehend vom rechten Atom ein anderes Elektron zu erhalten. Die negative Ladung scheint ortsfest an das Aluminiumatom gebunden zu sein. Diesen Mechanismus der Stromleitung bezeichnet man als Defektleitung, Löcherleitung oder als P-Leitung. Das Einbinden von Fremdatomen der 13. Gruppe des Periodensystems bezeichnet man auch als P-Dotierung. P steht für positiv und Dotieren leitet sich ab von dem lateinischen Begriff Dotare für Ausstatten. Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Leitfähigkeit von Halbleitermaterialien besteht im Einbau von Elementen der 15. Gruppe des Periodensystems. Beispielhaft soll hier Phosphor betrachtet werden. Die Konfiguration der äußersten Schale im Grundzustand lautet 3S2 3P3. Die 3S Schale ist also voll, die 3P Schale halb besetzt. Wie Silizium kann auch Phosphor zur Ausbildung kovalenter Bindungen SP3 Hybridorbitale bilden. Die 4 Hybridorbitale bilden kovalente Bindungen mit Nachbaratomen aus. Die 3. Schale ist dann voll besetzt und besitzt daher die sehr stabile Edelgaskonfiguration des Argons. Es verbleibt ein überzähliges Elektron, das sich im nächsthöheren Orbital befindet. Dabei handelt es sich um das kugelschalenförmig ausgebildete 4S-Orbital, hier transparent dargestellt. Ersetzen wir das Orbitalmodell des Phosphoratoms durch das Stäbchenmodell. Das quasi überzählige Elektron wird durch die kleine blaue Kugel symbolisiert, die sich, auf wie auch immer gearteten Bahnen, um das Atom bewegt. Der Einfachheit halber lassen wir dieses in der Betrachtungsebene um das Atom kreisen und bauen erneut einen Siliziumkristall, dieses Mal mit einem Phosphoratom im Zentrum. Die obere Kristallebene schieben wir auch hier zur Seite und schließen die verbleibende Ebene an eine Gleichspannungsquelle an. Wieder wird beim Anlegen einer Spannung ein elektrisches Feld generiert, wodurch die darin befindlichen Elektronen nach links gezogen werden. Betrachten wir dabei das einzig ungebundene Elektron am Phosphoratom. Bildlich wird die Kraftwirkung verdeutlicht, indem die Kreisbahn zur Ellipsenbahn wird, mit dem fernsten Punkt links vom Phosphor und dem nähesten Punkt rechts vom Phosphor. Steigt die Gleichspannung und somit die Stärke des elektrischen Feldes weiter an, ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem sich das Elektron vollständig vom Restatom löst. Die dazu benötigte Energie ist klein, da durch das Abstoßen des Elektrons die nun äußerste Dreierschale voll besetzt ist, was der energetisch günstigen Edelgaskonfiguration von Argon entspricht. Durch diesen Prozess kommt es zur Bildung eines im Siliziumkristall frei beweglichen Elektrons und eines positiv geladenen Phosphorions. Das Elektron bewirkt die elektrische Leitfähigkeit des dotierten Siliziums. Sobald das Elektron am Pluspol den Kristall verlässt, wird ein anderes Elektron am Minuspol in den Kristall eingebracht. Es fließt ein elektrischer Strom analog zu dem metallischer Leiter. Betrachten wir auch diesen Vorgang unter Verwendung des Kalottenmodells. Die negative Ladung des Elektrons bewegt sich von rechts nach links, also vom Minus zum Pluspol, während die positive Ladung mehr oder weniger ortsfest an das Phosphoratom gebunden ist. Das Dotieren mit Elementen der 15. Gruppe des Periodensystems bezeichnet man als N-Dotierung. N steht für die eingebrachte, frei bewegliche, negative Ladung. Ungefähr mit Bedrusion 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 Vielen Dank.